Liebe Zuschauer, nun erwarten Sie ergreifende 80 Minuten, denn in seinem ersten Spielfilm Der Junge mit den grünen Haaren gelang Meisterregisseur Joseph Lucy eine eindringliche Anklage des Krieges. Sie beinhaltet die Geschichte eines Jungen, der während eines Luftangriffes seine Eltern verlor. In einer der Hauptrollen sehen Sie übrigens Robert Ryan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017